Ja, also ich bin hier mitten im Zentrum des Tumults bei NIO. Also das ist hier NIO Booth in der Shanghai Auto Show und Gäste sind reichlich hier, auch viele ausländische Gäste. Und das Management ist hier, sieht alles ziemlich gut aus. Und ich drehe hier ein bisschen für euch Leute. Ja, hier an der Kinderecke. Heute ist hier ziemlich viel los, muss man sagen. Und wir schauen mal, ob wir ein paar berühmte Leute hier sehen. Ein paar habe ich schon gesehen. Zum Beispiel Li Hongqing. Habe ich auch schon mal getroffen in Hefei. Und hey, yes. So, many, many customers come here and checking. So, ich zeige euch ein bisschen hier. Das ist oben, wo die VIPs sitzen und die Customer. Ich glaube aber auch normale Besucher können hochgehen hier. Ist sehr schön gemacht. Wir haben drei EP9 hier und hier NIO Radio. Ist Producing hier. Allerdings alles in Chinesisch. Da muss man dann schon ein bisschen sich auskennen. Um da was zu verstehen. Die Musik ist aber teilweise ganz okay. So, ich werde euch mal hier ein paar Sachen zeigen. Und zwar ein Customer. Allerdings ist das ein chinesisches Brand. Kein Lego. Allerdings ist das ein chinesisches Brand. Kein Lego. Hat hier eine Fabrik gebaut. Das gibt es nur einmal. Hat er hier gemacht für NIO. Dann hier kann man sehen. Das sind User hier. Die ihre Bilder einschicken. Die sie von gewissen Reisen mitgemacht haben. Da gibt es eine Fotografergruppe. Es gibt da eine große Community bei NIO. Einige Sachen kennt ihr vielleicht. Ein paar Plätze, die man hier sieht. Da war ich auch schon gewesen. Zum Beispiel hier. Das ist der Meli Shan. Und zwar der Berg wird im Sonnenaufgang golden erstrahlen. Ich hatte leider Wolken als ich dort war. Und natürlich hier die Famous War. Der ganzen Designer, die für NIO live arbeiten. Kann man hier sehen. Die neuen Produkte hier. Die Flasche wird immer ziemlich gehypt. Und da gibt es ein paar Sachen hier, die auch sehr beliebt sind. Bei den Chinesen vor allen Dingen. Oh, wir haben hier ein neues Hemd. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Ich hoffe, dass es das in meiner Größe gibt. Ja, hier ist unheimlich viel los. Man kann also sehen, hier sind die ganzen Chinesen. Da ist es Sika, Xpeng, Aito. Und es ist überall riesen Auflauf. Man sieht tatsächlich hier bei den anderen Brands ist teilweise viel weniger los. Bei den Japanern. Bei den Deutschen habe ich nicht geguckt. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja, hier Dimitri mit dem Tiger Logo vom letzten Jahr. Da habe ich auch einige Sachen. Sehr schön. Ja, wir sehen da unten auch eine Batterieswap-Station. Dritte Generation. Wurde hier aufgebaut. Ein bisschen mit Glas auch. Dann hier die ganzen Lader. Dann der neue Supercharger. Ich werde da mal runter gehen und noch ein paar Bilder machen. Hier der neue ES-8. Der ES-6 steht natürlich im Mittelpunkt. Weil der soll hier einen Kampfpreis haben. Da wird jetzt eine Art Lotterie gemacht. Zur Zeit. Soll man den Preis raten. Es wird ja so ungefähr kolportiert. 368.000 AMB. Ist wohl der Preis mit Batterie. Der niedrigste. Mit der 75er. Und ich denke mal, dass der Preis dann ohne Batterie nämlich unter 300.000 AMB sein wird. Und deswegen vermute ich, dass das richtig ist. Weil die Batterie, die günstige kostet 70.000 und dann enden wir ab bei ungefähr knapp 300.000 ohne Batterie. Und die kann man dann mieten. Ich denke, das ist der Plan. Um hier richtig ein Zeichen zu setzen und die Konkurrenz auszustechen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das werden wir sehen. Wir müssen abwarten. Der Preis wird glaube ich Anfang Mai bekannt gegeben. Auch hier unten kann man den ES-6 sehen. Er dreht sich hier. Ja, ist zu viel Shadow hier. Aber es geht. Ja, man kann was sehen. Ja, dann gehen wir mal runter. Schauen wir mal, was unten so los ist. Gibt es ja auch nicht so eine Studentengruppe, die hier einen Rennwagen entwickeln. Ja, es ist relativ interessant. Ich weiß nicht in welche Klasse die fahren. Ich würde es gerne mal ausprobieren, das Teil. Ich weiß nicht, das ist interessant. Die Studenten macht es. Was sind die Maßnahmen? Haben Sie einige Maßnahmen? Sorry, mein Englisch ist es. Also der Mann sagt hier, 120 fährt das Ding. Und welchen Rennwagen fahren Sie? Es ist ein Monopussy-Grupp. Es gibt mehr andere Unternehmen, die das entwickeln. Oder es ist nur ein Entwicklungsprojekt von... Sorry. Achso. Achso. Nicht in England. Ja. Ah, okay. Er kann nicht allzu gut Englisch, aber mein Chinesisch ist ein bisschen zu schlecht. Aber das macht nichts. Die entwickeln hier dieses Fahrzeug. Und da werden einem bestimmte Sachen entwickelt, da werden bestimmte Sachen auch ausprobiert, die vielleicht später sogar in der Produktion einen Einlass finden. Und was haben wir denn hier noch Schönes? Also extrem viele Leute. Viele Ausstellungssachen von Usern. Hier natürlich der ES6 nochmal, wo der Preis jetzt ein großes Geheimnis ist. Und ich vermute, dass man hier unter 300.000 ohne Batterie sein will. Werden wir sehen. Das sieht ganz gut aus. Ein bisschen gedrungen, ein bisschen rund. Aber eine völlig andere Linie. Auch mit runden Rathäusern hier. Ein bisschen rund gemacht und trotzdem die typischen Kanten drinnen gelassen. Ja, also das lässt sich sehen. Lässt sich sehen. Schauen wir mal, was wir noch sehen können. Jetzt gucke ich mal hier, was hier so zu sehen gibt. Ja, EC7 bin ich ja letztens gefahren. Sehr schön. Aber ich wollte eigentlich die Hängekupplung mal sehen. Ah, Ni hao. Zige Huk, Kima. 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 Also hier EC7. Da vorne der neue ET7. Da würde ich auch noch gucken. Dann gucke ich mir mal den neuen ET7 an. Was gibt es hier Schönes? Neue Räder. Innen sieht er ungefähr ähnlich aus. Ja, es gibt neue Metalleinfassungen hier für die Ladeschale und für die Gläser. Oder für die Bottles. Ja, ansonsten sieht er ja gleich aus. Da hat sich nicht viel geändert hier. Ist noch das Gleiche. Keine Änderung. All the same. Ah, hier haben wir noch eins. Ja, also das wäre jetzt meine Farbe hier. Und hier mit den neuen Ladeschalen Einfassungen und mit den neuen Getränkehalter Einfassungen. Ansonsten sieht hier alles sehr gleich aus. Ungefähr wie bei mir. Keine große Änderung. Was ist mit dem Türgriff? Ah, die Türgriffe hier. Ne, die sind eigentlich gleich. Der bleibt hier. Hier ist der Notöffner. Ja, alles ähnlich. Also das sind nicht viele Änderungen. Eine Sache müssen wir noch machen hier. Neolife kurz. Also hier Schuhe, Handtaschen, Bags, Klamotten, weitere Bags. Und dann schauen wir mal hier. Hier ist die Ladeinfrastruktur. Kann man also hier sehen in China, wo überall Lade sind. Dann hat man hier 7 kW Charger für Home. 11 kW, den habe ich auch. 20 kW. Der wird auch in vielen Hotels angeboten. Und hier den Neol Charger 2.0. Und das ist jetzt der neue hier. Neol Charger 3.0. Und der hat dann bis zu 500 kW. Bei 800 Volt Technik. Und das sollen dann von 10 bis 90 Prozent in 10 Minuten gehen. Und zwar bei der 800 Volt Technik. Und zwar für eine hunderte Batterie. Und die Kabel hier, die sind anscheinend wassergekühlt. So, was haben wir noch Schönes hier? Natürlich hier die Batteriewechselstation Nummer 3. Da sieht man auch ein bisschen Technik hier. Und da wird ab und zu ein bisschen zentriert und angehoben. Da wird nur noch ganz leicht angehoben jetzt. Ich habe ja dazu noch ein anderes Video. Wahrscheinlich demnächst. Wo ich die mal vorstelle. Die Batteriewechselstation 3.0. Ich habe also jetzt schon viereinhalb Minuten geschafft. Hier sieht man es geht auf jetzt. Und der Wagen wird zentriert. Normalerweise sollte das eigentlich vorher passieren. Jetzt fährt die Plattform rein, die die Batterie abschraubt. Hebt den kurz an. Dann wird der also nicht mehr an der Seite ausgehoben. Sondern direkt mit der Batterie. Und dann wird die abgeschraubt. Und dann wird er rausgenommen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und vor allen Dingen ist es eben jetzt schon wieder schneller. Man kann also jetzt alle viereinhalb Minuten eine Batterie bekommen. Und da hier 20 Batterien drin sind, gibt es viel mehr Flexibilität. Vor allen Dingen für verschiedene Typen von Batterien. Und eben auch für schnelleres Wechseln. Weil das sind ja dann immer alle drei bis vier Minuten wieder welche bereit. Weil die alle zugleich geladen werden. Ja, interessant. Hier mal noch ein Überblick über das Ganze. Über den Stand hier. Der Messestand. Der ist riesig. Ich glaube 3000 Quadratmeter oder sowas. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck vermitteln. Und es hat euch gefallen. Hier Shanghai. Autoshow. Jeder, der wichtig ist, muss hier sein. Das ist ganz klar. Also, macht's gut. Bis die Tage.